Wir befinden uns hier in Sachsen-Anhalt in einer Sturmholzfläche. Vor kurzem waren hier zwei schwere Stürme und im Einsatz haben wir hier einen Komatsu 931XC. Die Aufgabe hier ist es, das Holz schnell aus dem Bestand rauszuholen, bevor Schädlinge oder Käfer das Holz befallen. Deshalb ist die Maschine momentan hier im Einsatz. Das XC steht für Extreme Conditions und die Maschine wurde speziell für den Einsatz im schwierigen Gelände oder bei Böden mit schlechter Tragfähigkeit oder steilem Gelände entwickelt. Die Zusammenarbeit mit G1 Software basierte auf mehreren Säulen. Zum einen kamen vermehrt Modder auf uns zu, die nach Zeichnungen, Bildern und Details gefragt haben. Das war für uns so der erste Berührungspunkt mit der Materie. Gleichzeitig kamen dann auch Kunden, Fahrer und auch Mitarbeiter, sprachen uns an, ob es nicht möglich wäre Komatsu in das Spiel zu integrieren. Das war dann für uns so der Anlass mit der Materie zu beschaffen. Und zeitgleich kam dann Herr Frey von G1 Software auf uns zu und bot uns eine Kooperation an. Und wir sehen heute das Ergebnis und es freut uns wahnsinnig, dass Komatsu nun ein Teil von dem Spiel ist und jeder sich das typische Komatsu-Feeling ins heimische Wohnzimmer holen kann. So, wir befinden uns jetzt in Jeleniagora. Das ist ein Polen in der Nähe von der deutschen Grenze. Der Komatsu 875 ist ein Vorwärter, mit dem man keine Kompromisse eingehen muss. Er ist stark, kraftvoll, schnell und wurde konzipiert vom Fahrgestell über den Antriebsstrang zum Kran bis zur hohen Ladekapazität für schnelles und produktives Arbeiten. Wichtig für effektives Vorliefern ist auch ein leistungsstarker, schneller und effektiver Kran mit einer großen Reichweite. Dieser Kran zeichnet sich vor allem durch seine hohe Netto-Hubkraft und seinen hohen Schwenkmoment aus und ist somit für Arbeiten im steilen Gelände bestens geeignet. Wenn wir uns die Kabine vom 875 betrachten, merken wir, wie bei allen Maschinen von Komatsu-Forrest, dass der Fahrer im Mittelpunkt steht. Die Kabine besticht zum einen durch ihre Größe, was man hier sehr gut sehen kann, und zum anderen durch die Glasflächen ringsum, sodass sie für den Fahrer der Kran plätsisi und einfach steuern lässt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kran mit einem guten D Data Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kran mit einer Straße